Hey Leute, herzlich willkommen im Klan Channel, ich bin Simon Elias und heute habe ich ein weiteres Tutorial für euch und zeige ich heute wie ihr eure Autos duplizieren könnt und als erstes ein bisschen noch was in den Optionen machen, da drückt ihr einfach Start, geht auf Online, dann auf Optionen und es ist wichtig, dass ihr den Spawnpunkt auf Immobilie setzt, nicht auf Letzter Ort, sondern auf Immobilie und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann fahrt ihr einfach zu folgendem Ort, das zeigt jetzt auf der Karte, ihr seht ja hier die Stadt und dann eben zu diesem Flugzeug trennen hier. Und ja, dann fahrt ihr einfach mit eurem Auto, ich tue jetzt einfach mal den ZZP hier duplizieren, ihr könnt natürlich jedes andere Auto auch duplizieren, steigt jetzt einfach aus, fahrt mit eurem Auto in den Punkt rein, in den blauen, es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr das macht, also da reinfahren, dann geht ihr auf Jobhosten, könnt ihr alles machen wie ihr wollt, ich mache hier das Radio aus, sonst bekomme ich wieder einen Strike, einfach aufspielen und ja, alleine starten. Und ja, es ist jetzt wieder ein Live-Kommentary, ich werde hier wieder nichts schneiden, damit es einfach verständlicher ist und damit die Leute nicht sagen können, dass es irgendwie ein Fake ist oder so, einfach alles fortfahren und bereit machen. Ich werde die Optionen einfach so lassen, wie sie sind, das ist echt egal. Und ja, jetzt muss ich einfach ein bisschen Flugzeug fliegen, ich bin nicht der beste Flieger, ich hoffe, ich werde es jetzt schaffen, mal überraschen lassen auf jeden Fall. Ihr seht, ich bekomme hier richtig viele Nachrichten von Abonnenten und so und ja, meine FL ist jetzt voll, aber wenn ihr weiterhin mit mir spielen wollt und ihr nicht zu meiner FL gehört, dann kommt ihr in unsere Crew, dann lade ich immer wieder meine Crew ein und dann könnt ihr auf jeden Fall mit mir spielen, aber meine FL ist jetzt eben voll. Ich habe über 60 Abonnenten in meiner FL und ja, wenn ihr das dann gemacht habt, also ihr müsst einfach nur in die ersten vier Ringe reinfahren, dann geht ihr auf Online und dann auch neue Sitzung finden. Und wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, dann müsst ihr jetzt eben in eure Immobilie spawnen, hier ist jetzt wieder der Ladevorgang und ja, wie schon gesagt, wenn ihr mit mir spielen wollt, dann kommt einfach in meine Crew rein, ich tue immer mal wieder meine Crewmitglieder einladen und dann könnt ihr eben mit mir spielen, aber meine FL ist jetzt voll, also ihr müsst mir keine Nachrichten oder so schreiben, dass ich jemanden löschen soll, weil ich werde keinen löschen und ja, jetzt müssen wir eben ein bisschen warten, bis der Ladevorgang abgeschlossen hat. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann müsst ihr jetzt vor unserem Haus der Wagen stehen, den wir eben duplizieren wollen. Und ja, ihr seht, da steht ja vor dem Haus das orangene Teil da. Und ja, jetzt geht ihr einfach kurz aus eurem Appartement raus. Das dauert jetzt wieder ein bisschen, bis ich da oben bin. Da kann ich eigentlich schon mal Gleichwerbung für meine anderen Videos machen. Jetzt habe ich ziemlich viele Tutorials und Clitches hochgeladen, wie man ziemlich viel Geld machen kann, und zwar ziemlich schnell. Zum Beispiel 10 Millionen Dollar in einer halben Stunde könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Und jetzt geht ihr einfach auf Part und verlassen. Und wie ihr jetzt gleich sehen werdet, steht vor meinem Haus eben der Wagen, der Z-Tip. Und ja, ihr seht, man kann auch ganz normal rein, kann ich euch auch kurz zeigen. Und ja, da das jetzt der Glitch, das heißt ja duplizierendes Wagen ist, deshalb gehen wir jetzt auch mal kurz in unsere Garage rein. Ich hoffe, es geht jetzt, ja gut. Und ja, jetzt nicht wundern, dass ich so geile Autos habe. Ich habe ein bisschen Geld geklischt, und dann habe ich mir die eben alle gekauft. Und wie ihr seht, da hinten steht der Z-Tip, und der steht auch noch draußen. Und ja, das war's wieder mit dem Tutorial. Wie immer würde ich mich für eine Bewertung freuen. Und ja, ich bin wieder weg. Ciao, haut rein. Was noch ziemlich wichtig ist, und das habe ich vergessen zu sagen, ihr selber könnt den Wagen jetzt nicht nochmal in die Garage stellen, der draußen steht. Ihr seht jetzt gleich, ich komme raus und der Wagen ist weg. Aber dann kann eben ein Kumpel von euch einsteigen und dann einfach mit dem Wagen fahren, habt ihr eben beide. Also ihr habt ihn dann nicht doppelt, ihr werdet jetzt jetzt sehen, der Wagen fliegt jetzt nicht mehr da. Also ich will euch jetzt nicht verarschen oder so, wie schon gesagt, ein Kumpel von euch kann dann rein. Und ja, ihr seht, der Wagen fliegt nicht mehr da. Und ja, das war's jetzt wirklich von mir, ich bin wieder weg. Ciao, haut rein. Und ja, ihr seht, der Wagen fliegt nicht mehr da.